Dann bricht die mich da unten mit rein oder so. Hier ist nicht, nein. Äh, auch nicht. Nein. Auch nicht. Aber hier ist auch noch Kies überall. Oh, ich muss nicht. Es ist nur für diesen Kiesweg, den ich ja irgendwann bestimmt mal bauen werde. Äh. Oh, die Toner da mit rein. Was soll's. Ah, hier ist auch noch ein Eimerchen. Den nehme ich auch noch mit. Das waren zwei Eimerchen Milch. Das möchte ich mir schon ganz gerne mitnehmen. So, was soll jetzt hier noch? Naja. So. Genau. Die Müttenpferderus. Ja. Das wird euch das mal dort. Wolle. Äh. 2, 3. Kommt. Genau. Können wir nämlich zum Nut. Ein. Bittchen. Ich mach mal das. 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 Das auch. Das ist auch hier. So. Hab ich denn hier irgendwo denn doch nochmal. Bettos hab ich gar nicht, ne? Ähm. Ich hab jetzt hier eins. Ähm. Was ist das hier? Ach, bau ne Wolle. Bau ne Wolle. Achso. Ähm. Jo. Dann nehmen wir das noch zu. So. Dann mach ich nämlich auch ein Bettchen. Wo hab ich dieses. Da hab ich wahrscheinlich das Ding oder sonst was. Ähm. Ja. Äh. Äh. Jetzt bin ich gerade total überfordert, ne? Pass mal auf. Wir stacken das doch nochmal. So. Hopp. Ähm. Ja. Eins, zwei, drei. So. Äh. Da. Hopp, hopp, hopp. Jetzt nehmen wir mich auch mit. Bettchen von Drex. So. Das können wir schon heben dran packen, das Bettchen. Das nehmen wir nämlich mit. Äh. Zweimal Milch. Zweimal Milch. Zweimal Milch, zweimal Milch, zweimal Milch, zweimal Milch, zweimal Milch. So. Da. Hopp. Da. Dankeschön. So. Und dann, 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 da ihr beiden. Äh, ihr. Keine Ahnung. Viele. Na, egal. So. Einmal Milch packen wir hier mit rein. Einmal das mal da. Und, so, dann, packen wir die anderen Sachen weg. Das läuft dann erstmal so hier. So. Und die Erde machen wir einfach mal nach hier. So. Hopp. Da haben wir auf jeden Fall. Also, wenn ich irgendwie noch erdemäßig was machen möchte, ist auf jeden Fall erstmal jetzt was da. So. Gut. Hier hatte ich, glaube ich, Holz, ne? Das braucht dann nochmal. Äh. Die hat dort mit bei. Oh, Sonnenblumen. Schön. So. Hopp. 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 Ähm. So. Hau ich das eigentlich? Könnte ich jetzt hier auch hier so? 53. Das reicht eigentlich auch, ne? Dann machen wir erstmal. Hier, das kommt ja sowieso alles noch raus, ne? Das bleibt eh nicht alles hier. Ähm. So. So. So ein bisschen dunkel wird das hier. Aber das brauchen wir hier sowieso nichts. Ähm. Rollen wir mal einfach hier mit rein. So. Aber. Wenn jemanden fertig ist, kann man auf jeden Fall hier mit reinlegen. Ähm. Dann. So noch. Was brauche ich denn sonst noch? Ach ja stimmt, genau. Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal hier dann. Ähm. Was sonst. Da nehme ich dann lieber neu mit. Mhm. Und halt gar gerade eins. Dann würde ich sagen. Das war auch so ein bisschen hier leckig noch drin. Hupp. Ist eh fast hinüber. So. So. Wie sieht der Helm eigentlich aus. Ja. Hat man was. Ähm. Was war es? Hopp. 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 Was bedient vielleicht hier nochmal so. Was drauf machen. Äh. Mal gucken wie. Was es dann kostet. Ne? So. Dann auf jeden Fall. Hier nochmal. Was drauf. Nimm mal jemanden einfach mal mit. Jetzt hier. So wie so mal neue. Sticky. 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 Äh. Das brauche ich neu. Axt und ne Schaufel. So. Ein, zwei, drei, drei, drei. So. Und so. Äh. Hab's, 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 hab's? Hier. Könnte mir vielleicht ja auch verzaubern. Ne? Könnte mir auch irgendwas draufklatschen. Deswegen. Deswegen. So. Was haben wir hier? Kostet nur eins. Effizienz eins. Haltbarkeit zwei. und haltbarkeit so ist okay gut alles klar ist damit zum hier haltbarkeit 2 effizienz 2 haltbarkeit so ist okay das packt man wieder weg und dann gehen wir mal gucken was das kostet alles zu reparieren so und das hier so auf jeden fall der helm für zwei stück ist er wieder wie neu wir nehmen auch was sagt man hierzu zwei stück dann wäre sie wieder ganz das muss ich jetzt ja nicht umdenken was wir das kosten zu reparieren machen wir das erst mal ob was das hier ein auch ein solches noch an level 9 Leve 9 Ach, weil er so viel auf ist, ne? Das würde dann 12 kosten. Ja, aber richtig so schnell 3 Level, ja. Nürgendswo, ne? Wobei, das wird ja wahrscheinlich Effizienz und Haltbarkeit, ne? Hm. Trommel. 3 Level, 3 Level. Hm. Naja. Nein, ich werde euch jetzt hier nicht irgendwie schlachten, nein. Ich habe aber auch keine mehr angefangen, oder so, ne? So. Ich werde euch auch noch ein paar Pfeile mitnehmen. So, dann schauen wir mal. Ja, das soll ich jetzt hier anziehen. Zack, zack, zack. Äh, hopp und hopp. So. Ich habe aber auch keine, die am Spitzkirche mehr, die ich hier. Ne, das ist mit Hüppigkeit, Buhlsamkeit, ach so. Hm, hm, hm. Okay. Ich könnte mir jetzt natürlich auch eine... Aber ich würde ganz, ganz, ganz schnell mit dem, die noch voll funktionsfähig ist. Weil ich könnte jetzt auch einfach drei jemanden ausgeben, mir eine neue machen, hätte ich und dem vielleicht... Machen wir es noch einfach mal. Gucken wir mal, was wir kriegen, oder? Komm, schauen wir da einfach mal. So, hopp. Machen wir einfach mal. Da gehen wir... komplett... mit... mh. Mh. Schatz wieder dabei. Oh, ich brauche eh noch essen, ne? Vielleicht müssen wir eh noch mal Kartoffeln ernten, oder so. Das sollten wir vielleicht zuerst machen. Oder habe ich hier noch irgendwie was? Ähm... Kartoffeln, die sind noch nicht mal gepacken, ne? Ähm... Komm her. Dann gehen wir halt doch noch mal schnell ernten hier. Das muss dann doch sein. Da. Muss halt einfach sein. So, okay. Hier haben wir Kartoffeln. Dann machen wir einmal. Hopp. 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 Da. Da. Und dann. Dann enden wir einmal noch hier dabei. Dann ist auch der Kuschel wieder voll. Ihr merkt das schon, ne? Wenn man dann halt dann auch mal zu... Wir waren ja auch schon mal zu dritt dann, ne? Und... Wenn da schon ein paar Mäulern mehr zu stopfen sind. So. Hopp. Man ist ja ja hier auch ein guter Gastgeber, ne? Da auch schon mal ein Töpfelchen ab oder so, ne? Dann vergibt sich das... So. Ist ja wie zuhause, ne? Oder ich meine, wenn ich... Oder Leute, was ich zuhause so einen Kaffee eintrinken, einlädt... Also grundsätzlich, ne? Immer warten, bis irgendwie so, äh, Kaffeeangebot war. Ne? Oder auch so ganz dreist, ne? Wenn man sich dann selber eine Cola einschüttet, hast du eine richtige Coca-Cola, ne? Dann den Gästen dann einfach, äh, eine River-Cola. Oder sowas. Ne? Macht bestimmt... Ja. Auch einen super Eindruck. So. Hopp. Hopp. Ja. Oh. Ne? Also, ne? Kaffee trinken. Hey, wann können wir bei dir wieder zum Kaffee trinken vorbeikommen? Ja, müssen wir abwarten. Nächste Woche ist der Kaffee-Vergutung günstig im Angebot, dann, ähm... Da könnte er kommen. So. Hm. Hm. Da hole ich noch Gebäck vom Vortag. Und... Ja, passt schon, ne? Uh, das Beste für die Gäste. So. Hopp. Alter, Junge, das Spiel... Echt, Mojang, setzt euch bitte noch mal da. So. Hopp. 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 So. Okay, jetzt haben wir. Ähm, machen wir jetzt hier. Weizen müsste ich dann eigentlich jetzt auch noch mal... Oh, gut, ne? Kartoffeln ein. Oh, zweifel gibt es ja mal mit dabei. Schön. Na komm. Was soll's. Machen wir jetzt mal, ne? Wir sind auch... Irgendwo sind wir ja auch Bauer. So. So. Hopp. Hopp. Geht sich eigentlich auch schnell. So. Zack. Zack. Hm. Dann hat's dann halt einmal wieder aufgefüllt. So. Hopp. Hopp. Sicherlich, man könnte natürlich irgendwie so schon Erntemaschinen bauen und das alles automatisch machen, aber... Ja, vielleicht ist es euch trotzdem wieder, ne? So. Ja, okay. Ich hab auch schon gesehen, ne? Dass dann manche halt mit irgendwelchen... So, Villager machen, die das dann einmal... Selbstständig machen, aber... Das sind Sachen, da finde ich immer... Es ist ja schön, wenn man sowas alles machen kann, aber... Weiß ich nicht. Ich mein, der brauche ich ja selber gar nicht zu spielen, ne? Aber... So. Hopp. 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 No. So. Und so ewig lang dauert es ja auch nicht, ne? Aber natürlich hier alles gleitet so geschmeidig hier lang. Hopp. Kommst du dorthin? Hopp. 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 Weg gerotten, aber nicht, keine Sorge. Auch den Bambus machen wir nicht. Hopp. 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 Alter. Wer hab ich denn da reingelassen? So. Hopp. 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 Zack. Zack. So. Hopp. 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 Jetzt gucken wir mal. Überall was gepflanzt. Kein ausgelassen. Nein. Sehr schön. Ich geh jetzt nochmal. Ah. Gut. Guck mal wieder für da oben nehme ich wieder. Äh. Basteln. So. So. Hopp. So. Wo hab ich denn den Weizen eigentlich? Hab ich hier? Irgendwo schon Weizen gehabt? Hm. Ist das? Ist das? Nö. Gut. Äh. Okay. Die sind fertig. Töne mal das noch mit hier rein. Und auch noch mit rein. Ich will auf jeden Fall hier schon so einen fertigen Stack da mitnehmen. Stimmt. Ich wollte ja mal gucken was hier. Was es geben würde. Für die Spitzhacke. Nö. Ja.